Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Benjo Kazooie. Wir sind stehen geblieben, ja, bei dem letzten Mal gestorben, hab dem Delfin schon alles befreit. Immer noch mehr Tobito, hallo. Hallo. Ja, ich hab jetzt alle 88 Noten eingesammelt, die Jinjos hab ich jetzt mal drauf verzichtet. Und jetzt sammle ich erstmal das Puzzletail hier unten von den lieben Jinjo ein. Und ne Delfin. Jetzt hab ich jetzt aber... Delfin, Delfin, nicht Jinjo. Ich hab gesagt, auf die Jinjos hab ich verzichtet. Weil ich die ja jetzt gar nicht mehr brauch auf das Puzzletail hab ich. Ja, und wir haben auch rausgefunden, das möchte ich mal nur noch mal erklären, wir haben rausgefunden, warum er auf einmal dann so viel Luft verloren hat. Ja, das dauert ja immer ein bisschen, wenn man erstmal an Land geht, bis man halt wieder die Luft bekommt. Und er hat halt, als er rausgesprungen ist aus dem Wasser, halt nicht lange genug gewartet, er ist gleich wieder reingesprungen, dann hat er sich gezählt. Und ja, jetzt wissen wir, warum die Luft halt immer so schnell weg war. Leider Gottes, ja. Ja, müssen wir aber beim nächsten Mal aufpassen. Jetzt geht's zum letzten Akt, und zwar zum Maschinenraum. So, aber dieses werde ich leider mit Safe-State meistern. Und runter, gut. Das ist der schlimmste Teil. Oh mein Gott, ich hasse den Teil, ja. Jetzt wählen wir uns auch nur noch zwei Puzzleteile, und die weiß ich auch, wo die sind. Halt, 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 halt. Ja, der Gang hier, hier oben, die Lüftung, die hat nämlich nicht ohne Grund so eine Form. Oh ja. Fällt dir das auf? Die Form ist wie eine Wabe, also das soll schon darauf andehrten, dass da oben eine Wabe versteckt wird. Ja, stimmt, ja, ja, jetzt wo du's sagst. Wenn es mal so auffällt. So, Momo-Schädel sammle ich nicht ein, ich warte, bis es gerade ist. So Freunde, ich setze jetzt ein Safe-State. Äh, ja. So, habt ihr's gesehen? Ja, werden natürlich wieder viele sagen, ne, Safe-State, Noob und so. Ist mir egal, ich will nicht nochmal alles machen. Ja, ich kann's auch vollkommen verstehen. Ja, ich kann's auch vollkommen verstehen. Ich hätt's wahrscheinlich auch, ich hab's nicht gemacht damals, aber ich hätt's machen können. Und ich, äh, ist's egal, was andere sagen. Wie krieg ich das aufgehört zu drehen? Ich will erstmal die ganzen Noten haben. Äh, das dreht, hört automatisch auf, ich seh. Okay, dann warte ich nochmal kurz. Würde sich immer drehen, wenn du halt den Schalter nicht gedrückt hättest, der draußen war, weißt du schon. Ja, ja, stimmt. Jetzt, jetzt hört es, aber zwischen dich mal aufzudrehen. Ja, ja. Du musst aber Kazoo benutzen, ne, also den Huckepark. Genau. So. Oder so, ja, aber das ist halt gefährlicher, ne, wenn man das so macht. Klasse, ihr habt eure bisherige Bestleistung übertroffen. Äh, ich weiß, äh, Kameras, bitte nicht. Guck mal, da, und denn, ohne Safe-State mit so einer Kameraeinstellung spielen, also geht gar nicht klar. Ja, und vor allen Dingen, jetzt kann man hier zwar noch die Mungo machen, muss man aber nicht, weil, äh, die, die man jetzt noch bekommt, also, die reichen dann sowieso. Ja. Aufgrund nur 25 und du hast ja jetzt, glaube ich, 21 oder so. Ich warte lieber so, zack. So, jetzt warte ich nochmal. Da sind, ja, ja, warten wir nochmal. Man kann auch gleich nochmal rüber, was ist gefährlich, ne? Ja, ja. Gefährlich. Ja, wir sind jetzt in einem Maschinenraum eines Schiffes, was halt komisch ist, dass es hier keinen Boden gibt, wirklich. Ja, ja, ganz komisch, ja. Man fällt hier runter ins Nichts. Na, eigentlich müsste es, ja, stimmt, der Boden des Schiffes müsste irgendwo ankommen, aber hier ist nicht. Ja, es gibt keinen Boden vom Schiff. Ja, wieder mal voll die Logik hier. So, und. Wir sind ins Schiff, aber ohne Boden. So, was passiert? Jetzt sieht man das. Na, das hätte ich noch nicht machen brauchen. Ach, nee, doch. Den anderen Schalter muss ich ja noch betätigen, den zweiten. Genau. Aber wir fehlen noch ein paar Noten, da sind noch welche. Wir haben gerade gesagt, wir fehlen Noten. Das müssten die letzten sein. Darf ich den berühren? Nee, ne? Den darfst du nicht berühren, der schubst dich nämlich weg. Also, wenn du eins dieser Blätter berührst, bist du nicht tot, aber der stößt sich halt so weg und dann kannst du runterfallen. Ah, okay, gut. Musst du echt aufpassen. Ja. Das sind, sammeln sie schnell ein. Das sind die letzten, weil dann. So, wenn ich dieses Puzzleteil eingesammelt habe, Freunde, setze ich nochmal einen Safe State, aber den letzten dann aber auch. Naja. Weil das ist ziemlich hart, so. Alle 100 Noten, bisher Applaus, danke. So, jetzt. Puzzleteil, number one point. Du hast jetzt auf jeden Fall alle 100 Noten, jetzt kann endlich nichts mehr passieren, also. Ach ja, stimmt, ja, wo du recht hast. Eigentlich stimmt. Aber doch, ich muss den Schalter dann jedes Mal betätigen und. Na, dann setz dich ins Safe State aber vor dem Schalter, also bevor du, äh, wenn du beim Schalter bist. Dann musst du dich immer wieder hinlatschen. Ja, guck mal, erstmal muss die Kamera sich beruhigen. Ah, so. Oh, Alter, ey, Mann. Was ist denn mit der Kamera? Ich weiß gar nicht, Mann. So, ähm. So, nochmal kurz warten. Wenn sich jetzt die Kamera dreht beim Sprung, ne? Arschkarte. Ja, hast du richtig Arschkarte, weißt du schon, ne? So, nein, hast du nicht. Gut. Oh, das Leben sah ich nicht ein, ich hab ja keine mehr. So, bl 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 bl, jetzt hab ich wieder neun. So, jetzt warte ich hier auf dem Schalter, zack, zack. Setz nochmal Mädchenhaft einen Safe State. Na, sorry, nichts gegen euch Mädels, aber war nicht böse gemeint. Äh, Safe State. So, äh, und. So, das macht die Propeller jetzt langsamer, ne, das macht jetzt sogar komplett aus. Komplett aus, ja. Aber nur für ne gewisse Zeit. So, aber ich muss warten, bis ich hier alles. Und zwar, äh, 65 Sekunden, und das ist nur ganz knapp schaffbar, also du musst nicht wirklich beeilen. Aber hier steht jetzt aber auch alles, weil die Propeller ausstehen. Ja, hier steht jetzt alles, du kannst jetzt einfach hier durchrennen. Naja, außerdem nicht alles, außerdem komische Dinge hier. Versuch gleich rüber zu springen, genau. Ja, das ist schon mal gut, weil hat sich schon mal viel Zeit gespannt. Und jetzt gehst du, genau, jetzt musst du hier ganz schön hoch. Ich lass mich mal in Ruhe. Ganz hoch. Hey, wie gesagt, du musst dich wirklich beeilen. Oh ja, ich weiß, das ist alles. Das ist sehr knapp, das ist sehr knapp, siehst du, hat nur noch 30 Sekunden, das ist wirklich sehr knapp. Beeilung, 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 hier raus. So, jetzt hast du noch 30 Sekunden Zeit da, bis zum, äh, bis zum Heck zu gehen. Und das Heck ist, in diese, Genau, das ist hier in der Richtung. Und da musst du dann leider ins Wasser, ins giftige Wasser. Ja, natürlich wieder. Und wenn ich sterbe, ist es mir egal, ich hab's Level geschafft. Eben, also, so sehe ich das auch, wir haben alles. So. So. Jetzt schnell das Positiv. Okay, du hast es ganz locker geschafft. So, und wenn man jetzt die Propeller berühren würde, wenn die sich anfangen zu drehen, bist du sofort tot. Auch wenn die sich grad mal anfangen zu drehen. So, ja, der, das war das Siegeszeichen. So, jetzt haben wir das endlich geschafft. Oh, geil. Oh, je. Hast du jetzt wirklich alles kontrolliert nochmal, guck nochmal nach. Sofort, sofort. Also, immer in einem Menü. Hier rüber, nicht, dass die Kiste mich noch angreift gleich. So, ähm, Statistik. Alle 100 Noten haben wir eben gesehen, ja. 100 Noten, 10 Fizzleteile, 2 Waben, ja. Und 1 Stunde und 8 Minuten für das Level gebraucht. Oh mein Gott. Passt. Naja, okay, ich hab ja noch Offsqueen noch alles gesammelt von daher. Das ist halt ein bisschen länger, wenn man bedenkt, die erste Welt, man muss bauten, die konnte man wirklich in einem Part schaffen. Genau. So, hab ich auch damals in einem Part gemacht. Raus. Ja. Aber die anderen werden halt nicht mehr. Ja, das war leider Rusty Bucket Bay, also, fertig. Ja. Die beste Leistung dieser Welt ist nun 100 Noten. So. Ja, besser geht's auch nicht. Naja, richtig. Ähm, so, wo muss ich denn jetzt am besten hin? Ähm, erstmal raus, genau. Jetzt musst du das, äh, 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 du hast den Hexenscheiter gemacht für den Dings, jetzt kannst du das Puzzerteil holen. Wo war das nochmal? Muss ich gerade überlegen, wenn du hier rausgehst, na, wieder zurück. Wo war das nochmal? Warte, ich muss hier raus, ne, war das genau? Ah ja, ich, wo war der Ausgang, wo war der Ausgang, wo war der, ach da, gut. Ist er doch, oder? Ja, sorry, da ist kurz die Verbindung abgeschmiert. Ach echt, das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, jetzt seh ich nämlich auch nix mehr. Echt? Ja, jetzt müsstest du mal ganz kurz hier Übertragung machen. Gut. Ach ja, weiter geht's, äh, sorry. So, siehst du wieder alles, Tobi? Äh, weiter geht's, äh, wir hatten gerade einen kleinen Verbindungs-Fail. Ja, so gut, jetzt haben wir wieder alles da. Du siehst wieder alles, ne? Schneide ich einfach auf. Oh, ja, jetzt hab ich dich da verpasst, wie du da hochgegangen bist. Genau, jetzt ist der Wasserstand höher. Ja, ich, ich wollte nicht stehenbleiben, wegen denen hier. Alles hat Augen, wie du sagst. Weil wir dir einen schon angucken. Ja, ne? So, jetzt, 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 jetzt will ich jetzt mal das Puzzleteil. Aber erst mal mach ich hier auf. Komm ich hier auch noch irgendwie weiter? Nö. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir das vorletzte Puzzleteil im Grunde, das Reich. Jetzt fehlt nur noch eins. Ja, jetzt will ich mich glücklich. Was ist hier denn? Eie? Nichts. Seid euch ist nichts. Ja, und das letzte ist halt der letzte Hexenschalter der letzten Welt, ist ganz klar. Ja, ja. Eine Welt fehlt noch. So, und jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt nämlich der letzte Wasserstandschalter. Der ist aber auf Zeit. Und da musst du dann gucken, dass du dann da oben, du weißt schon wo, im nächsten Bereich jetzt wieder, da, wo Russi Bucket Bay war, musst du dann ganz schnell jetzt hier runterschwimmen und dann hoch. Das muss 30 Sekunden sein. Genau, genau. Einmal, und, hüp, und, los, Benjo, schnell, so, einmal hier runter, dann muss ich einfach hier, ist ja gleich hier über, ne, genau. Genau, dann musst du einfach wieder hoch. Einmal untertauchen, einmal wieder hochtauchen. Ja, lass das ja fix machen. Eigentlich schon war es noch 17 Sekunden Zeit, also, jetzt einfach nach oben. Nach ganz oben an die Oberfläche. Da, ist das, ist das jetzt hoch, das Wasser. Oh, Alter, ist das hoch, ja. So, und jetzt umdrehen. So, einmal umdrehen, bitte. Ach, da hinten ist es. Ah, bei dich. Schaffe ich. Bei dich, Digga. Nö, ich lasse mir Zeit. Siehste. Knappe, knappe Sache. So, das wäre das letzte Schildbuch, eigentlich das letzte Buch hast, ja. Eigentlich, ja. Wir und Vogel haben das nächste Buch gefunden. Dafür gibt es auch einen kleineren, weiten Trick. Schweigebuch. Und zwar für immer. Sonst wird alles noch viel schlimmer. Hässliche Hexe. Du sollst schweigen. Ihr gebt auf dem Boden der Sandburg den Kot. Gold für das ein. Yeah, jetzt haben wir, so gesagt, eigentlich den letzten Sheet, aber... Ja. Ich muss noch den ersten Sheet holen. Und zwar blauere, ja, ja, ja. Blue X, oder wie das hieß, ne? Äh, ja. Das ist eigentlich sozusagen der Erste, aber den hast du ja noch nicht geholt. Ja, ne, ich konnte den noch nicht holen, weil ich erstmal noch nicht diese Gummistiefel hatte. Da musste ich sie erst holen. Und dann habe ich das nachher erst gesehen, wie ich den Free City Peak aufgemacht hatte. Da habe ich mir so im Hinterkopf gedacht, so, mache ich das zum Schluss. So, und jetzt musst du ja sowieso wieder zurück. Du musst ja jetzt mit dem Puzzle der letzten Welt, musst du sowieso wieder bis zum... Aber geh erstmal weiter. Ja, ich muss ja erstmal den Schalter für den Puzzle-Share-Block bestätigen. Sowieso. Geh erstmal weiter zu der Welt halt hin. Oh Gott. Warte mal, ja. Musst du den Stand hören? Ja, ja, wegen der Web-Welt hier. Ach, ne, eigentlich gar nicht. Ne, schon gut. Ah, ja, genau. Okay, alles klar. Eigentlich nicht, hier sind ja Wege noch. Ne, da ist es ja Treppenstufe. Ja, das war eigentlich überflüssig gewesen jetzt. 640, du hast 800, Mann. Naja. So. Nummer 8 oder 9. Nummer 9, ne, ist das? Welt 9, ne? Wie viele Welten gibt es? Das ist jetzt Welt 9, glaube ich. Ja. Warte. Welt 4, Welt 5, Welt 6, Welt 7, ne, Welt 8. Ja, gut. Ne, doch Welt... Doch, mir ist auch so, als wenn es 9 Welten gibt. Doch, 9, warum, warum, warum weiß ich das? Weil du hast 800 Noten und du kriegst noch 100, das heißt 900, also 9 Welten. So, wo geh ich denn zuerst lang? Ah, auf dem Blatt drauf. Mal, unten in den Tunnel erst rein. Ja, stimmt, da ist noch Dingpot. Genau, äh, der, ja. Dingpot nicht, Dingpot nicht, das ist ja ein anderer Topf. Ja, ich nenne sie alle Dingpot, weil die alle... Dingpot ist der männliche. Du musst dir bedenken, das sind da alles irgendwie weibliche. Ach, das sind alles weibliche, echt? Das hab ich gar nicht gewusst. Äh, nee, nicht wirklich, aber für mich sehen die aus wie weibliche. Ach so, ach so, ach so. Ich weiß nicht, Dingpot sieht für mich als einzigster Topf männlich aus, sag mal so. Der von Grotilda, der Topf. Oh Gott. Altes Weiber, ja. So, jetzt muss ich aber hier hoch, äh, Kamera. Jetzt hast du halt Abkürzung und das ist halt wirklich die Abkürzung, die ich doch... Die ist halt wichtig, weil da kannst du wirklich extrem abkürzen. Da kommst du fast ganz zum Anfang des Kontrollers reichst. Stimmt, und da muss ich auch gleich wieder hin. Mh, deswegen, dann kannst du schön abkürzen, musst du nicht mehr weit klatschen. So, was haben wir denn hier? Einfach mal aufmachen. So. Da kommst du zum Showdown, zum Finale. Oh, gut zu wissen, dann geh ich da noch nicht hin, so. Ist klar, ne? So. Genau, jetzt musst du hier erstmal den Schalter finden fürs Puzzle. Genau, äh, äh, hallo? Äh, ah, da. Gut, ähm, ach, bleibt nur noch der Weg, ne? Warte mal. Was ist hier? Hier muss ich lang, genau. Hier ist der Schalter, genau. So. So. Da ist er. Und jetzt passt auf, jetzt seht ihr ja, wo der Schalter ist. Da wird der jetzt angezeigt. Na, da war ich ja noch gar nicht. Oh, ja. Aber der ist ganz am Anfang, irgendwo irgendwo versteckt, ganz am Anfang. Das ist voll gemein, finde ich. Und das war eine, da wo ich früher als Kleinkind richtig gekniffelt hab, wie man den Schalter bekommt, ey. Ohne Mist, weil ich hab das als Kleinkind nie früher zu 100% geschafft. Ja, du hast halt, ja, du wird halt der Ort angezeigt und du weißt nicht, wo der ist, ne? Richtig, richtig. Ich weiß halt nicht, wo es ist. Ach, den Ort wusste ich, aber wie man den Puzzleteil schalte und sowas. Jetzt kannst du nämlich einfach, jetzt gehst du hier wieder rein. Stimmt. Jetzt kannst du den Top benutzen. Aber das ist irgendwie da zum Anfang, zum Puzzle. Da bist du auch schon fast bei dem Puzzle, das ist ja das so. Ja, ich hab mich grad gewundert, hä, wo bin ich denn jetzt? Naja. Das hier ist ja der letzte Bereich hier vorne, also hier beim, äh. Ja, die nächste Welt ist auch eine Schauerwelt. Oh, ja, der ist auch noch schön. Die Welt. Das ist jetzt auch eine besondere Welt. Oh, ja, oh, Mann. Die mag ich eigentlich auch nicht so. Aber die ist ganz lustig. Die ist lustig gemacht, ja. Schön bunt vor allem. Oh, ja, richtig bunt. Von allem, was dabei an. Jede Farbe, du. So, ähm. So, jetzt bist du nämlich hier. Jetzt guck mal, jetzt sind wir hier. Das ist wirklich richtig weiter, Mann. Oh, ja, das ist noch Welt 2, 3 ist das hier. Das ist hier grad noch, ja, so in der Nähe von Welt 2 sogar. Ja, das ist richtig. Und Welt 3 ist ja gleich hinter mir. Du musst jetzt einfach nämlich hier runter, genau. Und zwar hier abtauchen. Hier unten drinnen und ich weiß nicht. So. Ja, und dann weiß man halt nicht, äh, da ist man halt früher nicht drauf gekommen, ne, dass es hier sein könnte. Ah, so, jetzt haben wir das auch. Äh, hier ist noch Mumbo-Schädel und so, genau. Oh, 35 Puzzleteile hab ich. Oh, yeah. Hier ist auch noch eine Brenntäder irgendwo. Ja, die hab ich rechts gesehen eben. Ja, ja. Da hinten. Da ist übrigens auch bar, wo du eben warst. Also beim letzten Welt direkt ist auch noch eine Brenntäder. So. So, yeah. Ihr seid für mich ein rotes Tuch. Bald trifft. Haha. Da muss ich zu Ende reden. Ja, und da ist die nächste Welt offen. Ja, ja. Click-Clock-Wood. So. Wunderbar. Dann geh ich da noch fix hin. Click-Clock-Wood. Die vier Jahreszeiten-Welt. Oh, yeah. Also die, das ist längst die längste Map, finde ich eigentlich. Die längste Welt. Die längste Welt, ja, auf jeden Fall. Weil die Noten ja auch verteilt sind über die vier Jahreszeiten. Oh, ja, da weiß ich gar nicht, wie man... Oh, man, da muss ich, glaube ich... Das wird, ja, das wird ein Spaß. ...alle versuchen einzusammeln, da. Muss ich immer alles schön gründlich abgucken. So. Hier rein. Äh, Kamera, bitte nicht. So. So, jetzt hab ich ja bis jetzt alles. Ja, eigentlich hätte ich ja gesagt, also, weil du ja schon hier bist, ich hätte das ja... Hab das damals so gemacht, dass ich gleich halt jetzt die Sheets eingegeben. ...habe, weil man ja schon hier ist, aber du hast ja noch nicht alle, du brauchst ja noch den Blaue-Eier-Sheet. Ach, das find ich gar nicht so schlimm, ich mach den, ich setz die Sheets erst, äh, im Battle gegen Grundhilda ein, naja. Also später, erst vor dem Ende machst du das. Ja, ich brauch die Sheets eigentlich gar nicht so dringend. Ich hab die schon jetzt gemacht, weil das war für mich die gute Gelegenheit halt, weil ich jetzt wieder am Anfang war, aber... Ja, ich mach da auch. Ja, ich mach das, wenn ich hier den Dings beendet hab. So, dann geh ich jetzt einfach noch hier rein und dann werd ich gleich den Fakt beenden. Nein, enden nicht. Am besten noch nicht, aber da ist noch ne Brent Hill, da, also, da, da vorne, also... So. Ja, ich weiß nicht, geh ich rein und warte da oder hier? Nein, nein, geh noch nicht rein. Ja, ich warte hier, genau. Ich wollte nicht mehr und was die Bucket Bay eigentlich dabei sein. Genau, ist auch kein Problem, so. Dann bedanke ich mich natürlich wieder fürs Zuschauen. So, Tobi, willst du noch irgendwas sagen? Ja, danke, dass ich dabei sein konnte. Kein Problem. Hab mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall sehr lustig. Oh, ja. Zu sagen und, äh, ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, äh, wie immer schön zuschauen bei ihm, äh, auch schöne Let's Plays macht er. Vielen Dank, Leute. Tschüss. Tschüss.